Da sind wir bei einer Runde Paintball, hier auf der Modern Game City Server und ich bin heute nicht alleine, der Marcel ist mit mir dabei und die Unicorn Plays, mit der werde ich in nächster Zeit auch aufnehmen Ach, warte, pw join, wir joinen jetzt mal und dann schauen wir mal, dass wir ein paar Runden Paintball aufnehmen beziehungsweise spielen Ähm, wieder mal mit anderen Leutchen hier, letztes Mal, ich weiß ja nicht, als ich das vorgestellt habe, habe ich das mit den Admins gespielt Ähm, ja, bist du gut in Paintball? Na, hast du ja letztes Mal gesehen So lala Es geht manchmal Na gut, das hat irgendwie auch mit Glück zu tun, wie man in Paintball so ist So, äh, GL, da habe ich noch geschrieben können So Ey, das ist unfair, zwei ging eigentlich so Ja, ich habe meine zukünftige Aufnahmepartnerin in meinem Team Das ist ja cool Du Gute bist eh gut genug Ja, schaffst es schon Schaffst es schon, uns beide hier zu ownen, weißt du Du musst uns beide nur töten Ah, da bist du ja So Nein Das ist bei Paintball immer ganz lustig Ähm Was machst du denn da in der Grube, ey Komm da raus Eich Haben wir uns gegenseitig abgeschossen Hä? Hä? Bist du gestorben? Bist du auch so? Hä? Wir haben uns gegenseitig abgeschossen, ne? Nein Doch, ja Mit dem letzten Schuss, ne? Von dir dann und ich Boah, super Das ist Das fängt ja schon mal gut an Das fängt Ah, so auf einmal Oh mein Gott So, ich schau mal, wo du mal wieder steckst Das Kann ja nur Ach, du bist weg Oh Oh, wir haben schon gewonnen? Oh Ja Es ging ja schnell Dann, äh In die nächste Runde Dann gehen wir auf in die nächste Runde Was war das denn, ey? Oh Ist das Mädel so gut? Scheint so, ne? Die war die ganze Zeit bei mir Und hat mich die ganze Zeit abgeschossen Ach, gut zu wissen, mit wem man dann bald aufnimmt Also dann kann man ja schon immer Gewinnen Ne? Also Das ist super Dann schauen wir mal Das ist doch mal ganz nettes Ründchen, ne? Oder? Ja Du findest es nicht so nett, ne? Weil dann Es ist unfair Aber na gut Es wollte kein anderer mehr Das ist dann, ähm Ja gut Die anderen wollten Ah Buh Ich wäre fast in ein Spinnennetz gerannt Das wäre tödlich geendet Und du versteckst dich jetzt, ne? Ist klar Ja Erwischt Ja Ich erwisch dich Ey Komm da raus Äh Lol Wie? Was? Wie der? Hä? Oh Nein Aber ich hab die nochmal abgeschossen Hast du noch ein Heben? Oh Mach Ja gut Ähm Das mit dem Einheben Das war's dann Also nächste Runde kann beginnen, ne? G, 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 L, ne? Sag mal G, 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 L Ähm Ja G, G, L Good Game Luck Good Game Luck Ja Kann man ja auch nehmen So Dann schauen wir mal Was wir in der nächsten Runde so machen Und wer mit wem in ein Team kommt Das ist wichtig Oh Ja Jetzt darf ich mal gegen euch Das finde ich aber ganz nett Jetzt kann ich mal gucken Ähm Meine Tastatur funktioniert Ja, ja Das ist also eine Ausrede, ne? Oh, meine Tastatur funktioniert nicht Es ist die billigste Ausrede, die ich erkenne Das ging wirklich nicht mehr Oh Du arme Ich schaue die manchmal bei mir auf den Ah Ich habe die schon mal Und die Ah, nein Ja, das Mädel ist gut Also Ja, die habe ich leider nicht erwischt Aber na gut Äh Dich erwische ich ja immer Die eine Runde, wo du zu Null gewonnen hast Ja Ja, die habe ich jetzt auch erwischt Wo bist du Kommst du mal Kommst du mal Kommt du doch Ja 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 Ja, die habe ich erwischt Aber das Mädel hat mich wieder abgeschossen Ja Sie ist gut Sie ist echt gut Also Gut zu wissen, wen man als Teampartner haben wird So Oh, aber ich habe nur noch ein Leben Sehe ich gerade, glaube ich, oder? Habe ich nur noch eins? Ui Da muss ich aber aufpassen Och Ui Jetzt könnt ihr, äh Echt Geschickt sein Wenn ihr das könnt Oh, was machst du denn da? Oh, von der anderen Seite Kommt das Mädel Ja Ja Das Mädel hat mich natürlich abgeschossen Ui Ui Die kann Ja, die habe ich aber abgeschossen Aber die kann echt gut zielen Muss ich sagen Die kann super zielen Also davon kann es ja mal eine Scheibe abschneiden Ey, du bist fies Ups Och, komm Oh Komm Ja, guck mal So schlecht bin ich gar nicht Oh Ja Ich habe die abgeschossen Yeah Aber ich habe nur noch einen Wenn ich jetzt sterbe Und wenn ich tot Dann habe ich verloren Und wir haben nur noch eine Minute Zeit Ähm Jetzt kommt das Ganze hier drauf an Ja Ding Jetzt schauen wir mal, dass wir, äh Wo sind ihr, wo seid ihr eigentlich? Jetzt kommt er nicht mehr, ne? Jetzt habt ihr Angst, ne? Ist ja nett, ey Oh, jetzt hast du mich abgeschossen Ah, warte, ich habe gewonnen Ich habe gewonnen Was? Alles klar Achso, weil ich habe dich ab, ne, habe ich dich abgeschossen, oder? Naja, keine Ahnung Achso, ich habe dich abgeschossen, neu Ich dachte, ich habe dich, deswegen Und die war schon tot Hätte ich jetzt aber nicht gedacht Ich dachte, die lebten noch Naja Hab ich auch gedacht Das war, das war lustig Also, ähm, ja Aber ich habe die nicht irgendwo gesehen Deswegen dachte ich Dass die irgendwo schon anders ist Oh, jetzt mal mit dir Oi Das ist ja mal ein Wunder Okay, das werden wir definitiv gewinnen, dann Na, sagt er sich zu laut Das Mädchen ist gut Na gut, ich kann dich auch an die Front schicken, alleine Dann hast du bessere Chancen Dann kannst du unten bleiben Kannst du uns die Leben sichern Ja Und du kannst jetzt anbaggern So Oh, ich komme von der Ups Wie, dir Also, hat die mich jetzt gekillt, oder nicht? Ach, die hat mich auch gekillt Guck mal, wie zielsicher die ist Weißt du, du Kommst einmal, du schießt einmal Und die trifft dich auch direkt Hä, wie hast du mich? Ja, guck mal, die ist richtig Gut Also, das war recht, ja Also, die ist nicht dumm Also, die kann was Oh Scheiße Oh, nee Das war ein bisschen Das war, ähm Schab Ja, gut Schab Hä? Schabes Lüb Ui, ui, ein Wunder Ein Wunder von Bären Ist passiert Wuhu Ah, alter Aus der Ferne Voll in Voll Headshot Sag ich mal Ähm Wuhu Alter Oh, ich habe die einmal getrunken Oh, ich habe nur noch null Leben Ach, deswegen Weil man, wenn man zu zweit ist Hat man weniger, glaube ich Irgendwie Oder? Nein Ich weiß nicht Mir kommt das so vor Naja Äh Oh, you have won Okay Okay, äh, letzte Runde jetzt Machen wir Aber Uh Wie viel habe ich jetzt mal Vier mal hintereinander schon gewonnen Ich habe jetzt schon 500 Cash Und 183 Points Eine KD von 1,19 So Bin ich ja mal gespannt Was das jetzt, äh, ergibt Was dabei rauskommt Redquote im Prozent Eins Ja Eins ist ja auch nicht schlecht Also ist besser als 0,1 Oh, schon wieder Schon wieder alleine Och Mal wieder die Mädchenrunde, ne Mädchen und Mädchen Gegen Junge Ja, ja Das nimmt mich jetzt aber Das nimmt mich jetzt aber ernst Dafür kriegst du jetzt Äh, einen Schneeball Gesondert Ins Gesicht Geschmissen Äh, so Jetzt kriegst du Was Weißes In die Fresse Weißt du Bitteschön Nein Ich hab's dir versprochen Ich hab's dir versprochen Und das werde nicht Gebrochen Achja, du solltest ja noch Äh, besorrt noch mal einen Wolltest du ja Hier, bitteschön So, und, äh Bitteschön Ja, ich sag doch Ja, guck mal Ich hab's dir gebrochen Im Alleingang gewonnen Guck Ich hab's dir versprochen Dann kriegst du zurück Hab ich dir gesagt Ja Und, das war die Folge Von Ja, gut Von Das waren die Paintball-Runden Ich hoffe, es hat euch gefallen Dann sehen wir uns Im nächsten Video wieder Tschüss Ich hab's dir gebrochen Ich hab's dir gebrochen Es hat euch kiingehui Ich hab's dir gebrochen